Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zum vierten Teil vom Open Beta Let's Play. So, jetzt haben wir hier die Geisel gerettet. Was macht die Dame hier? Okay, gut, cool. Die balanciert. Ja, hey, warum nicht? Irgendwas muss man ja tun, um sich zu unterhalten, wenn in den harten Zeiten, Krisenschimmungen... Ach, okay. Sehr schön. So. Wasser. Ist das? Oh! Cool, Waffentarnung. Ja, und schon wieder dieser blöde schwarze Bildschirm. Also das, ja, das nervt mich einfach. So, knall ich das mal hier auf mein M4. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Ich baue es einfach mal drauf, ja, auch wenn es jetzt komisch aussah, denn... Ja, also das, das muss ich schon sagen. Das, äh, ja, ist irgendwie... Da müssen sie was dran machen, meiner Meinung nach. Also... Ach. Ja, da habe ich doch hier die Geräusche gehört. Und ich weiß ja auch, was es ist. Eine Drohne. Was? 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 Das lief doch gut. Ja, so, Level 6, na bitte, und, ja, meine abgestützte Drohne. Ja, so, Level 6, na bitte, und, ja, meine abgestützte Drohne, und, ja, meine abgestützte Drohne. Da hinten höre ich doch schon wieder Schießerei irgendwo. Hm, ein Repetierscharfschützengewehr, eventuell sogar das einzige im ganzen Spiel. Also, der Typ, ne, M44. Natürlich gibt's wahrscheinlich mehr als dieses Gewehr. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Repetiergewehrtypen es gibt in dem Spiel. So, wo ist hier Schießerei? Ah, da hinten, okay. Ja, dann, komm, zeig dich. Okay. So, gibt's denn hier hinten noch was zu tun? Nö, okay, gut. Dann, ähm... Ja, so wie ich das sehe, können wir uns auf den Weg machen, ja, hm? Jesus, ich... Machen wir das doch. Machen wir das doch. Machen wir das doch. So, damit ihr es mal seht. Ähm... Ja, warum nicht? Ich tue es mal hier, äh, ja, auf den Sekundärslot. Was hat denn das Ding? Das hat doch schon irgendwelche Mods dran. Okay, Large Optics. Ja, okay. Okay, zwölffach Zoom. Gut. Was? Naja, egal. So. Okay. Okay. Gut, also. Ja, das Teil... ...hat haufenweise Zoom. Naja, zwölfmal. Zwölffach Zoom. So. Na, hab ich ja nicht vor. So. We are so grateful. Hey, got any money? so da habe ich doch welche gehört und jede kugel einzeln reinschieben mein gott aber es hat ganz guten schaden also ich meine irgendwie muss das ja ausgeglichen sein ja es ist ja nun mal ein shooter wenn es auch eben ein rollenspiel ist mit schusswaffen es ist so die klassische balance hohe feuerrate wenig schaden niedrige feuerrate viel schaden und dann noch ein bisschen nachladezeit unterschied so zur würze ja und so wird dann die balance suppe gekocht ja naja es läuft doch hier na komm komm zeig dich ich bin 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 du so jungs na ich meine eben jetzt wurden ihr versorgungsgüter abgeworfen und wir müssen die verteidigen so eine minute haben wir noch na kommen die schon wieder aus der gleichen richtung so eine scheiße die blöden penner haben mir meinen hilfsbedürftigen zivilisten verscheucht so kommen noch mal welche oder nicht ich glaube nicht gut das war's ach ach ok gut take wing supplies wenn ich später sicher noch gebrauchen hier wiederholt euch jungs so dann schauen wir mal was haben wir denn jetzt hier neues gut eben also nur wenn man was anderes findet heißt das nicht unbedingt dass es besser ist wie das was war habt ha ha Hahaha Als hätte ich es geahnt. Ne, das war jetzt echt Zufall. Ja, wie es halt ist, ne, man guckt dann halt in die Gassen rein und, ne. Also ich gucke in die Gassen rein. So, eben, ja, in der geschlossenen Beta war hier noch eben, äh, ja, war das abgeregelt. Da konnte man nicht rein. Konnte sich nicht umgucken. Aber ich habe ja gewusst, hey, da geht was. Da geht doch irgendwas. Ich glaube eben, der ganze Abschnitt hier war nicht zu begehen. So, Checkpoint is covered. Das ist ein, äh, ja, Eingang in die Dark Zone. Aber eben nicht jetzt. Sondern demnächst. Jetzt bin ich hier, um die Mission zu machen. Und dann eben den Tech-Flügel freizuschalten. Und, ähm... Aha. So, hey. Spannung. Aber erst im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hahaha. Ich kann ja nicht immer überziehen. Ich kann ja nicht einmal überziehen. Das ist ein, äh, ja. Das ist ein, äh, das ist ein, äh, das ist ein, äh.